Hallo meine Lieben, grüßt euch ganz herzlich hier der Ardi von Translated Press. Ich habe heute ein sehr brisantes Video mit einem Interview von Rainer Füllmich mit einem ehemaligen Hohen Beamten der UNO für euch auf Deutsch synchronisiert und wir dürfen das natürlich nicht hier auf YouTube veröffentlichen. Deshalb lade ich euch herzlich ein rüber zu kommen auf Rumble, der Link steht unten drin. Ihr könnt dort etwas sehen, was außerordentlich brisant ist, sehr, sehr wichtig. Kommt rüber meine Lieben auf Rumble und schaut euch das volle Video von Dr. Rainer Füllmich an. Und bitte weiterleiten und teilen, teilen, teilen. Euer Ardi aus der Ferne. Ciao, ciao.